das war glück geh weg trolling joshi lass mich hier nach vorne na ja du dreckiges spiel willkommen zurück zu let's play mario kart super circuit ja in der letzten folge gab es leider ein bisschen stress mit luigi und luigi liegt nur noch drei punkte hinter uns wir befinden uns gerade im 100er cup motor klasse 100 und das gefährliche an dieser sache ist dass luigi und leider aus der punkteliste ausnacken kann wenn er nur will und es richtig macht das müssen wir verhindern das müssen wir um jeden preis verhindern deswegen fahre ich jetzt wie ein schnitzel durch die gegend und versucht die ganzen leute hier zu bashen ja das hebe ich mir jetzt eher auf mario ist ein klacks den schieße ich nicht ab erp abschießen und die nervt auch hier vorne so den luigi krieg ich noch den krieg ich noch der gehört mir den werde ich die leviten lesen du mario was suchst du hier willst einen bruder beschützen oder was keine sorge machen auf dich schieße ich nicht auch wenn du damit versuch seinen bruder zu beschützen auf diese trolling aktion falle ich nicht rein und irgendwie ist luigi jetzt hinten nicht mehr vorne am start war luigi kaum ist er vorne überholt er mich durch so einen lausigen trick aber luigi verfolge dich ich sehe dich ich sehe und verfolge dich das hast du nicht vergessen und jetzt jetzt kommt es echt darauf an ich muss erster werden auf jeden fall vor luigi und luigi gleich mal auslaken perfekt piet komm hinterher du musst auf dem zweiten sein damit ist ein extrem großer trolling effekt für luigi ist und jetzt schaffe kurve drift war drift for the way fast rausgefallen aus dem stage und luigi ist wieder hinter mir luigi die schweinebacke bananenschutz nein doch wie viele punkte kriegt der erste der krieg doch neun und nicht sechs und dann haben wir ja gleichstand rietern trotzdem goldpokal ich weiß es nicht ich weiß es nicht 30 30 ist auf dem ersten nicht einfach so spaßeshalber so solange ich den goldpokal bekommen ist mir alles wurscht denn ich versuche nur gold zu bekommen in diesem let's play mehr will ich nicht wenn ich selber bekommen dann mache ich das level noch mal also den cup ich sage mal level ja gold bekommen sehr gut auf platz 1 obwohl wir gleich viele punkte hatten unfair aber gut ich bin der spieler aber gut ich kann mit joshy auch kaum fahren muss ich sagen das muss ich zu meiner verteidigung sagen joshy ist ein netter typ aber zum fahren ist nicht unbedingt geeignet nenne mal wieder toddy und ja es geht weiter im special cup ich weiß nicht wie viele folgen das listplay haben wird ich war ich weiß nicht ich schätze mal so 20 wenn ich sogar mehr so ich glaube so langsam habe ich raus und weiß wann ich mein turbo einsetzen muss ist jetzt aber nur eine vermutung wahrscheinlich habt ihr mir das schon in die kommentare geschaut geschaut genau wahrscheinlich habt ihr mir das in die kommentare geschaut macht natürlich sinn geschrieben natürlich aber war ne luigi luigi ist der größte troll in dem spiel wahrscheinlich hat er noch so ein toll face hehehe wenn ich dich kriege wenn ich dich kriege das war perfekt gerade eben erstmal die trollin besiegen oder was heißt besiegen ausnocken raushauen jetzt den troll noch und perfekt so hinter mir hat er kann man eigentlich nach hinten schauen hat eigentlich schon mal irgendjemand in dem mario kart let's play nicht let's play ich sage mal let's play irgendjemand in dem mario kart spielt schon mal die bremse betätigt ich habe noch nie effektiv die bremse bremse benutzt nur vielleicht zum zum rückwärts fahren falls irgendwo feststecken sollte aber noch nie um irgendwie in der kurve zu bremsen hat es schon mal jemand gemacht wenn wenn du du musst sie jetzt eigentlich angesprochen fühlen wenn du einer von denen bist die in der bremse bremsen in der bremse bremsen in der kurve bremsen dann sagt mir bescheid würde mich interessieren würde mich total interessieren muss ich sagen und ohne stache böse oder ja stache wo ist denn der stache konnte ich ein stache mit einem roten abwehren oder was er bei joshi da hat mir gerade echt eng gemacht so hier kann man doch auch richtig schön überbrücken wenn man alles richtig macht und der joshi bist du mein neuer gegner oder was bitte lass mich so läuft momentan sehr sehr gut ich kann mich nicht beklagen wow 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 yeah hey was habe ich für mega fetten vorsprung wo sind die loser hin schalalala wo sind die loser hin schalalalala wo sind die loser hin schalalalala ja ich bin der beste fahrer aber übermut tut selten gut vielleicht brauche ich jetzt auch gleich wieder mist das sah irgendwie knapp aus ja aber die strecke mag ich voll wahrscheinlich liegt es da uah habt ihr das gesehen wahrscheinlich liegt es daran dass ich hier so gut bin muss nicht sein kann sein hier kann man eigentlich noch richtig schön skippen aber das ist mir viel zu riskant an manchen stellen das muss ich schon sagen nein ich bin zwischen die lücke gesprungen fahr nein wenn der josh mich jetzt wegen dieser aktion überholt ohne witz dann schlag ich den dann schlag ich dich ja die top ist eine coole maschine du bist ein cooler pilzkopf ich liebe deine pilzkopf frisur ist das über eine frisur sind das haare nicht wirklich das sind das ist eine kopfbedeckung wie sieht denn ein toad ohne kopfbedeckung aus oder es ist ein kopf wenn ja da muss ein richtig großes gehirn haben naja wie auch immer beirren wir uns nicht und fahren lieber lassen wir uns nicht beirren oh ne nicht diese trolling hat level dingsbums kacke oh ne aber jetzt habe ich so einen mega fetten schutz und die panzer in dem spiel sind verhältnismäßig groß weswegen ich die gegnerischen leute fahrer besser gesagt vielleicht in die soße normalerweise sollte ich jetzt meine items verlieren aber in dem spiel ist es nicht der fall was ich ziemlich cool finde ähm ja das hat mich jetzt gerade aus der bahn geworfen irgendwie oh passt doch auf was denn hier für eine trolling attacke die wurden irgendwie alle getroffen von irgend solchen komischen viechern ja du fettsack stehst vor meinem gesicht hey da vorne wer ist denn da vorne was ich bin nicht erster ich dachte die ganze zeit ich bin erster oh peach die geile die schnappe ich mir auch noch oh ne der panzer ging daneben und dabei habe ich den panzer noch vor ein paar folgen gelobt mal gucken ob der panzer trifft oh ja der hat getroffen sehr sehr gut so versetze ich den pilz jetzt am besten ein wenn ich hier wahrscheinlich noch nicht wäre zumindest blöd hier kann ja effektiv eingesetzt mehr oder weniger leider gegen ende die kurve nicht mal richtig bekommen aber das ist nicht unbedingt weiter schlimm viel schlimmer wäre es wenn ich jetzt hier mist bauen würde in der letzten oh was habe ich jetzt gemacht oh jetzt habe ich mich irgendwie nicht konzentriert und fahre jetzt gegen die ganzen äh äh gegen die bande warum auch immer oh das war zufall dass ich jetzt noch meinen panzer nach hinten gelegt habe habt ihr das gesehen wenn ich spule mal kurz zurück ich habe gerade einen roten panzer abbekommen den ich aber kurzerhand ganz zufällig schnell mit meinem grünen abgewehrt habe also wie der zufall es so will er wollte mich beschützen der zufall höchstpersönlich gut gut da vorne fährt Bowser rum die lahme Schnecke so läuft eigentlich ganz gut aber Yoshi ist wirklich dicht hinter mir nein wenn ich dich jetzt nicht erwische ja Trolling Trolling aber Yoshi ist relativ schnell weitergefahren schade ich dachte Peach überholt Yoshi noch egal aber das war wirklich eine schöne Trolling Aktion ja 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 oh jetzt geht's los Rainbow Road Special Cup wieder mit meinem Lieblings Castle von Bowser Paper Mario ich habe doch vor ein paar Folgen meine Lieblingsspiele aufgezählt aber Paper Mario habe ich gar nicht aufgezählt Paper Mario ist auch ein tolles Spiel gehört nicht ganz zu meinen Lieblingsspielen aber doch irgendwie zu meinen Lieblingsspielen wisst ihr was ich meine irgendwie weiter in der Reihe also auf Platz Platz 6 würde ich sagen würde ich Paper Mario anordnen einordnen besser gesagt Trolling Trolling so so jetzt jetzt Megasprung der immer wieder daneben geht der immer wieder daneben geht ja das war Glück geh weg Trolling Yoshi lass mich hier nach vorne na ja du dreckiges Spiel roter Panzer schleudert mich noch nach unten dreckiges Game aber ich trolle jetzt gleich wieder Yoshi mit dem roten Panzer Peach Bout Mist kann sehr gut sein und jetzt Trolling Trolling nein noch nicht oh ich dachte jetzt kommt der Trolling Part jetzt kommt der Trolling Part oh da trollt jemand nein fahr doch überleg doch nicht so lange geh weg Luigi oh Item Zockerin wie soll ich jetzt trollen ich beherrsche diesen einen Part nicht muss ich eigentlich erster werden ich hab mir die Punkte gar nicht so angeschaut ich weiß es nicht ich weiß es nicht ich muss einfach jetzt gut fahren und keine Kacke bauen ich fahr jetzt nicht den Trolling Weg der ist mir zu riskant ja Yoshi krieg ich jetzt nein ich hätte Yoshi noch bekommen wenn ich diese Kack Trolling Yoshi wenn du wüsstest ich hätte dich so in die in die Kacke geschubst nee ich hatte zwei Sterne hintereinander aber gut der erste Platz ist mir sicher und ich kann eigentlich stolz auf mich sein und mir wie immer schön auf die Schulter klopfen aber jetzt Leute jetzt folgen Let's Play Parts die wirklich nicht mehr nett sind denn jetzt beginnt der 150 Motorklassen Cup Rang D bin ich schlecht gefahren ey aber gut wer kann schon mit diesem Pilzkopf gut fahren der ist eh dumm wer die schauen wir uns echt am Ende an wenn wir es geschafft haben ja Mario Kart darf kommen kann man das nicht irgendwie überbrücken habe ich schon mal irgendwie gemacht ah jetzt okay man muss sich den ersten Part da nochmal anschauen so 150 und 150 ist nicht das letzte müsst ihr wissen nehm mal Mario oh das wollte ich gar nicht schaut mal sieht so richtig schön verpixelt aus ähm Mushroom Cup wow auf ein neues so jetzt geht es aber richtig los mit den Trollern nee nee denn jetzt werden die Gegner richtig böse auf mich sein und ihr ganzes Können ähm ähm einsetzen um mich nach hinten zu verfrachten auf einen viel schlechteren Platz aber das lasse ich mir nicht schmecken ja fahrgängig scheiß Baum Mario man du regst mich auf so jetzt 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 Trolling Trolling 1 oh Donkey Kong du hast immer wieder Glück immer wieder sonntags kommt die Erinnerung schubidubidub dup dup wer sich jetzt fragt was wir heute haben also ich weiß nicht weil ich diesen Part hochlade aber für mich ist heute Samstag und ich muss ein Referat vorbereiten und das sollte ich so langsam anfangen denn ich muss am Montag gleich in der ersten Stunde ein Referat halten ja das wäre nicht schlecht es sind ja nur 30 Seiten PDF die ich bearbeiten muss oh Donkey Kong du machst mich diesmal hier noch fertig so ich würde sagen wir beenden den Part ich bedanke mich fürs Zusehen schaut euch wow da hat noch die Panzer schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein haut rein und bis zur nächsten Folge und ein paar Münzen fehlen mir noch für maximale Speed müssen wir aber gleich bekommen wow hier ein bisschen Vorsicht ja Luigi doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo Vielen Dank.